Willkommen ihr Lieben zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten, im klaren Herausforderer. Ich bin heute mal auf dem Rathaus 12. Ihr habt es im Titel gesehen, es ist tatsächlich, oder es ist ja eins der blödsten Dinge in Clash of Clans, die es gibt, so ein Disconnect zu haben. Das heißt also, du willst gerade anfangen und klickst auf Angriff und dann kommt dieses Flimmerzeichen schon, oh Gott, oh Gott, LL nennen das auch viele Lost Line oder ich nenne es eigentlich immer Disco. Für einen Disconnect. Es gibt da verschiedene Begriffe für, aber es ist immer ärgerlich für jemanden, wenn er einen Disconnect hat und der Angriff zählt ja letztendlich mit rein. Das heißt also, man holt dann nicht einen einzigen Stern und muss hier vor allen Dingen in der Liga eine Base offen lassen. Das ist uns noch nicht passiert, aber dem Gegner ist das gestern passiert. Ist natürlich sehr, sehr unglücklich. Hier sind wir jetzt allerdings schon im nächsten Kampf. Das heißt also, hier sind wir jetzt im laufenden Clankrieg. Im gestrigen Clankrieg habe ich gefehlt. Nicht gefehlt, sondern da war ich nur Zuschauer, denn wir machen das Ganze, wir spielen die Liga hier so ein bisschen abwechselnd, sodass jeder hier seine 8 Sterne schafft und so kann man auch mal ein bisschen aussetzen. Man kann auch sagen, ich möchte mal nicht, weil ich keine Zeit habe und so weiter. Den Clankrieg hier, das ist der erste, den könnt ihr live verfolgen, wenn ihr nochmal den Livestream guckt auf Twitch.tv. Dort habt ihr die Möglichkeit, ganz, ganz viele Kämpfe von hier aus nochmal zu sehen. Es gab wirklich ein paar schöne Sachen dabei und vor allen Dingen, weil das nur 13er waren hier. Das war nur Ratos 13er. Das war eigentlich das Coole. Und der zweite Clan, gegen den wir spielen mussten, das ist eigentlich der, oder wir hatten eigentlich gedacht, oder der war sicherlich auch der stärkste Clan, aber ihr seht oben 14 von 15, da hat auch einer gar keinen Angriff gemacht. Ich nehme mal an, entweder war der Fuß zu groß, oder aber sie hätten ja noch zwei Sterne holen können. Da haben wir jetzt noch ein bisschen Lack gehabt, dass beim Gegner auch einer gar nicht angegriffen hat. Und, aber ihr seht hier, die Nummer 5 hier hatte den Disconnect und der Juck hier hat auf jeden Fall drei danach kassiert vom Vierer. Ja, so kann es manchmal kommen. Und, aber auch der Gegner hat ein paar Einser reingeballert. Die Einsterner müssen wir noch irgendwie in den Griff kriegen. Die müssen wir noch genauso gut in den Griff kriegen, wie den Disconnect, den wir eigentlich nie haben oder eher selten. Also ich habe hier vor allen Dingen mit dem Apple-Gerät noch nie einen Disconnect gehabt, muss ich sagen. Da ist mein Android schon ganz, schon viel, viel nervöser, was so Disconnects angeht. Manchmal gehe ich auch raus und mache am Handy meine Angriffe. Dann schalte ich halt auf LTE um und um hier nicht irgendwo im Wireless LAN plötzlich doch irgendwo mal so einen Fehler zu haben oder was auch immer. Aber wir wollen hier heute auch live angreifen und ich habe hier jetzt schon einiges gesehen. Der Clan hier ist jetzt gegenüber uns nicht ganz so stark. Er hat halt noch mehrere Zwölfer dabei und auch Elfer dabei. Ihr seht, wir können hier ein bisschen runtergehen. Der Billy mit Rathos 13 gegen die Ringbase hier. Ja, dann muss man auch mal ein bisschen Glück haben. Und im Moment sieht es sogar ganz gut aus, dass wir zur Zeit, ich glaube mit einem Stern oder so, stehen wir im Moment auf Platz 1 hier in Meister 3. Das ist natürlich super, aber ich denke mal, Meister 2 brauchen wir dann nicht mehr mit Zwölfern spielen. Vielleicht doch noch. Wir sind unten noch drei Zwölfer und es ist ja erstmal nicht abzusehen, dass jetzt die, die unten spielen, das ist in der Regel Barber King, Sex Pistol und meine Wenigkeit. Und ich glaube noch einer, die dann dort jetzt möglichst schnell auf 13 gehen. Das heißt, es kann schon sein, dass wir hier auch die nächste Liga, wenn wir den Aufsteigen, schon nur noch 13er spielen werden. Und das können wir eigentlich auch. Ich habe gesehen, dass wir auch 15, 15, 13er haben oder hätten. Ja, hätten. Es ist der ein oder andere, glaube ich, ist rübergegangen zu den Herausforderern. Da muss ich nachher mal gucken, wie ich da rangegangen bin. Aber so wie der Billy das hier macht, so könnte er eigentlich jede Ringbase ganz gut schlagen. Also mit Hybrid hier, beziehungsweise je nachdem, du kannst ja als 13er alle Maschinen mitnehmen und auch als Zwölfer. Ich bin mir jetzt nicht ganz, ich bin mir jetzt gleich bei meinem Angriff, das werdet ihr sehen, nicht ganz sicher, ob ich noch eine, doch eine Kaserne mitnehme oder ob ich nicht lieber Blimp mitnehme für die Mitte. Er hat sich hier letztendlich dann auch nochmal umentschieden, das werdet ihr gleich sehen. Unten wechselt das gleich vom Slammer auf den Blimp. Denn seine Queen, ah, die war der erste, ich glaube der erste Zauber, der erste Wut war ein bisschen, ein bisschen zu spät. Und da musste er seine Queen schon ganz, ganz früh am Anfang zünden. Und das war natürlich ein bisschen hinderlich, deswegen hat er jetzt den Blimp hier einfach mittig mit reingeschickt. Und dann aufgemacht. Aber die Hox wären ja jetzt in jedem Fall dahin gegangen worden. Hatte er auch vorher schon gezündet gehabt. Das heißt, es ist nochmal ziemlich viel in der Bombe gestorben. Allerdings haben jetzt die Heilern ein bisschen geschwenkt hier auf die Yetis und auf die Hox dort außen. Wer da ein bisschen Glück gehabt, die royale Gladiatorin ist noch zu zünden. Und dann sind sie doch, oder macht sie doch die Masse hier bei dem Hybridangriff, wo du so ziemlich jede Base mitkriegen könntest. Also die so ein bisschen rund geht. Ich habe eben nochmal zwei, drei Testangriffe gemacht. Natürlich nur im Farmmodus und habe mir ähnliche Ringbases mal rausgesucht. Einmal mit einem Packersmash und einmal mit Yetis, glaube ich, war es. Ich nehme jetzt meine Base, glaube ich, auch mit dem Hybrid mal. Ich glaube, ich muss meine auch mal mit dem Hybrid nehmen. Denn Hybrid oder Only Hox. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ich muss gleich auch gegen einen Rathaus 11 ran. Aber eigentlich gegen eine Base, die ich nicht so mag. Da kann man auch schnell mal einen Fehler machen oder einen Fail hinlegen. Und hat aber schön gemacht hier. Auf die Nummer 7 oben ist noch alles offen. Und im Moment sind wir jetzt mit zwei Sternen vorne. Okay, aber wir haben jetzt sieben Angriffe und unser vermeintlich zweiter hier hat schon neun Angriffe. Also da geht in jedem Fall auf unserer Seite noch so ein bisschen was. Der Gegner hat erst einen Angriff. Ich meine, okay, man ist dann auch immer so ein bisschen, so ein bisschen so... Man verliert so ein bisschen die Lust an der Liga, wenn man ständig nach oben muss. Also hit-duppen muss. Also ich muss ständig mit meinem 11er einen 12er machen oder gar einen 13er. Das ist auch schwierig, da dann so ein bisschen am Ball zu bleiben und immer so... Ja, wir schaffen das und so weiter. Ihr wisst schon, was ich meine. Also es zerrt dann so ein bisschen... Es zerrt einfach an den Nerven, so muss man es auch sagen. Naja, okay. Ich habe jetzt Clan-Bouquet dabei. Ich weiß auch nicht, ob die Menge an Zauber so gut ist oder ob ich nicht lieber doch Fries mitnehmen muss. Auf jeden Fall, mein Worten steht schon mal auf Tonschuhe. Das ist schon mal nicht schlecht. Ich habe einen Blimp. Ich habe jetzt keine Kaserne. Ich habe eigentlich ein eigenes Zeppelin. Allerdings er ist auf Level 1 und manchmal kommen die dann nicht so weit. Ich muss mal gucken, wie ich das mache. Vielleicht wechsle ich denn doch noch um. Ich muss diese Base hier machen. Und unten habe ich eine zappelnde Queen. Das ist nicht schlecht. Ich habe nur zwei Mauerbrecher. Es kann also auch sein, dass das ein ziemlicher Hardfail wird. Weil ich halt nur zwei Mauerbrecher habe, die jetzt irgendwo durchgehen müssen. Aber wir gucken mal, ich gehe jetzt einfach mal rein. Ich bin mir dann auch immer sehr, sehr unsicher, was das Dippen angeht. Aber ich kann mir vorstellen, das kann funktionieren. Habe ich wirklich? Ja, ich habe wirklich zwei Mauerbrecher dabei. Zwei von den Super Mauerbrechern. Denn die hatte ich mir ja extra aufgespart für die Liga vor allen Dingen. So, hier hinten wollte ich jetzt ein bisschen funneln. Und muss jetzt, glaube ich, gleich schon meine Queen das erste Mal rage'n hier. So, jetzt gucke ich mal, der Super Mauerbrecher, dass der da durchgeht. Ja, das macht er auch. Wieso kümmert sich die Queen nicht um die andere Queen? Okay, das macht sie jetzt alles klar. Ja, ich nehme hier mal den King mit rein. Sodass die Queen in jedem Fall ein bisschen weiter geht. Jetzt muss ich gucken. Jetzt haben wir kein Gebäude mehr dahinter. Das ist ein bisschen doof. Aber wir haben hier, okay. Mal sehen. Ich hoffe nicht, dass die Queen jetzt rausrennt. Das wäre richtig kacke jetzt. Sodass die ein bisschen... Oh, die rennt da rum. Eieieiei. Die Queen rennt da rum. Das ist nicht so schön. Okay. Ja, das ist genau das, was ich ansprechen wollte. So, ich gucke mal, ob ich die Clanburg... Ich kriege die Clanburg nicht mal gelockt, glaube ich, oder? Oh, jetzt geht die Queen dahin. Alles klar. Alter Falter. Das hat jetzt aber auch ein bisschen gedauert mit der Queen hier. Und dann muss ich die jetzt nochmal zünden, dass sie den Dings da da weg macht. Okay. So, jetzt muss ich mal sehen. Oh, die ist ja jetzt schon... Die ist jetzt schon in der Mitte, ne? Die ist jetzt schon in der Mitte. Ich gucke mal. Ich gucke mal, dass ich jetzt mit dem Hybrid-Part hier weitermachen kann. Auf der Seite nicht, sondern wir machen das mal auf dieser Seite hier. Also, unsere Hockys mit rein. Komm, 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 komm. Gleich dahinter her. Den Warden hier mit rein. Und dann gucke ich mal, was ich jetzt gleich mache. Ich nehme mal an, dass ich da eine Falle befinde. Ich muss meine Queen jetzt allerdings schon zünden. Und nehme hier nochmal wieder einen Heilzauber. Jetzt kann ich hier eigentlich schon mal den Blimp mit reinsetzen. Okay. Ich habe jetzt hier eigentlich noch zwei Loons. Uiuiuiuiuiuiuiui. Das wird eine ganz enge Kiste, glaube ich. Da muss ich nochmal heilen. Jetzt nehme ich die hier in den Dings. Den Blimp auf jeden Fall. So, hier geht es jetzt in die Mitte rein. Ich habe jetzt keinen Zauber mehr. Das müssen jetzt meine restlichen Truppen hier irgendwie packen. Und ich habe aber hier am Rathaus zwei Yetis. Die machen zwar nicht so viel Schaden. Aber die Hocks sind noch mit dabei. Mit Minern. Minern sind noch außen. Ich habe noch einen Ballon dabei. Und das kann eine ganz enge Kiste werden hier. Das wird auch eine ganz enge Kiste. Vor allen Dingen von der Zeit her. Das wird ein Timefail, Leute. Scheiße. Komm, ey. Ach, nein. Das wird ein Timefail, oder? Ach, nee. Da hinten sind sie auch noch an der Kiste. Aber der Inferno muss hier weggehen, Leute. Der Inferno. Da jetzt was in der Mitte. Oh, da ist auch noch so ein fettes Lager in der Mitte. Oh, der Inferno stirbt. Fünf Sekunden. Drei, zwei. Oh, okay. Thorsten, beruhig dich. Puls messen. Alles klar. Oh Gott, oh Gott. Alles klar. Das ist nicht meine Angriffsstrategie, Leute. Es hat ja funktioniert hier mit dem Zwölber. Aber es war schon wieder auf der Kippe. Mann, Mann, Mann. Eine Sekunde war es eine Sekunde, oder so. Oh, 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 oh. Jetzt muss ich mich... Oh, eh, mal wieder ein bisschen Puls messen hier. Alter Falter. Naja. Die können wir nochmal nachüben. Und ich hatte jetzt... Ich habe jetzt mein Blimp doch genommen. Ne, oh, ich habe noch nicht mal den Blimp genommen. Okay. Der hätte ein bisschen mehr Schaden noch gemacht beim Abwerfen. Ähm. Naja, egal. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. 23. Dann sind wir jetzt 107 Sterne vorne. Mann, Mann, Mann. So, wir gucken nochmal, was der Baba hier unten gemacht hat. Denn er hat auch mal drei Sterne geholt. Dann können wir das auch mal zeigen. Nachdem er monatelang nur einen Stern geholt hat, hat er sich jetzt mal dazu entschieden, nichts mit Luft zu machen. Luft sieht immer elegant aus. Luft sieht immer elegant aus. Aber, ähm, wenn Luft nicht durchgeht, wird Luft auch schnell mal ein Stern. Und deswegen hat er sich hier auch mal zu einem Packer Smash durchgerungen. Ähm, auch keine schlechte Strategie. Ihr seht hier, der Pfanne absolut gelungen. Alle Packer gehen hier rein. Mit Heiler, mit Bowler. King dazu, Queen dazu. Borden noch hinten mit ran am Heck. Und dann geht das hier geballt durch die Mitte. Also richtig krasses Ding. Er hat auch richtig viel Zeit. Die Base war jetzt auch nicht so stark. Und auch der King ist schon Rathaus 12 mit maximaler Truppenkapazität. Das heißt also 280 Truppen. Auch nochmal 60, äh, 20 mehr als ein Rathaus 11 hat. Darf man auch nie bedenken, dass ein Rathaus 11 durch eine Rathaus 12 Base sich ganz schön durchquälen muss. Weil er auch 20 Truppen Platz weniger hat. Das darf man nicht verkennen. Das ist ganz schön viel. Und der Slammer gibt hier alles. Dass er hier noch ein bisschen seine Daseinsberechtigung hat, würde ich mal so sagen. Aber schön gemacht hier. Und bloß kein Disconnect. Also bloß kein Disconnect. Könnt ihr mir gerne mal unten reinschreiben, wie ärgerlich Disconnect sein können. Also viele, oder es gibt ja auch, hat jeder ja schon mal gehabt. Du machst einen schönen Queen-Charge, einen schönen Queen-Walk. Setzt gerade so deine Queen raus. Heiler dahinter. Zack, Leitung weg. Es ist immer sehr, sehr, sehr bitter. Dieses Mal so ein bisschen glücklich für uns, muss ich sagen. Dadurch, dass wir dann gegen den vermeintlich, nenn's mal so, besten Clan oder stärksten Clan hier gewonnen haben. Und wir nehmen auch den Zweiständer von Chris hier mit. Auch das ist sicherlich ein cooler Angriff. Und so, dass wir jetzt im Moment eigentlich, nenn's mal so, nicht ganz verdient da oben stehen. Wir hatten aber A, einmal Lack, dass der Gegner einen Disconnect hatte und hat einen Angriff nicht gemacht. Das heißt also, es sind eigentlich zwei nicht gemachte Angriffe. Das sind, wenn wir es mal ganz nüchtern betrachten, wären es vier gute Sterne. Und ihr habt gesehen, wir hatten 27 und der Gegner 26. Streng genommen ist das Ergebnis vom Gegner 30 zu 27 für die und nicht für uns. Das heißt, wir haben ja nochmal zehn Punkte dazubekommen. Naja, man muss auch mal Glück im Spiel haben. Man muss auch mal Glück hier bei Clash of Clans haben, dass man keinen Disconnect hat. Aber wie gesagt, hier an dem Apple-Gerät, muss ich sagen, habe ich noch nie einen Disconnect gehabt. Ab und zu habe ich mal das Zeichen, wenn ich einmal auf meinen Desktop gehe, hier auf den Tablet-Desktop und dann wieder zurückkomme. Dann habe ich das mal ganz, ganz kurz, aber so einen richtigen Lost-Line hier. Konnte ich hier noch nicht verzeichnen, glücklicherweise. Weiß eben, wie der Chris das hier gemacht hat. Auch mit einem Blimp. Wir haben dazu nochmal eine E-Mail geschrieben, dass, wenn nichts geht, nutzt einen Blimp. Damit kriegt er in jedem Fall irgendwie das Rathaus. Und ja, habe da eben ja beim Glati, nicht beim Glati, beim Billy gesehen. Man kann dann nochmal wechseln. Ich glaube, ich lasse mir jetzt auch immer eine Kaserne geben und nehme dann meine eigenen drei mit. Die sind dann halt noch nicht so hoch. Die sind erst auf Level 1. Die muss ich jetzt auch irgendwann mal anfangen zu leveln. Aber die kosten auch E-Lex. Und solange, wie ich mein Worden noch nicht auf 40 habe, gebe ich das E-Lex halt lieber im Moment für einen Worden auf, aus, als für eine Karre auf 2 oder 3 und so weiter. Naja. Aber da ist auch jeder anders. Aber so kann man natürlich super flexibel ab Rathaus 12 und 13 dann wechseln. Rathaus 11 hat halt keine Möglichkeit, da die Karre nochmal zu wechseln. Da musstet ihr dann sicher sein. Was nehme ich eigentlich mit? So, wir gucken nochmal, wie der Chris das hier gemacht hat. Und ich bin jetzt auch mal wieder ein Spätaufnehmer. Aber an so schönen Tagen, ich denke auch bei euch scheint, ich hoffe bei euch scheint auch die Sonne. Es wird ja wieder ein bisschen schicker. Und einige Sachen haben ja jetzt auch wohl irgendwann dann mal ein bisschen mehr auf, dass man auch wieder ein bisschen mehr machen kann. Abgesehen davon, dass man Menschen ja immer noch nicht so treffen soll. Also Mindestabstand, ich weiß nicht, wie viele Jahre uns der Mindestabstand noch verfolgen wird. Aber wir brauchen hier keinen Mindestabstand halten. Also schön gemacht. Und ich denke mal, dass wir diesen Klankrieg hier auch gewinnen werden. Müssen wir mal gucken, wie es hier weitergeht. Aber ihr seht hier unten richtig, der Max ist auch noch in Rathaus 12. Und sollten wir aufsteigen hier in der Liga. Wir sind hier, da oben ist es das Zeichen. Wir sind im Meister 3. Dann kann es sein, weiß ich nicht, so ab Meister 2 nur noch ohne Rathaus 13. Aber wir sind eigentlich 13 oder wir sind genug 13er und werden das Ganze auch stemmen. So viel habe ich nicht mehr zu tun. In der Tat, so viel habe ich gar nicht mehr zu tun. Hier, ihr seht das, das hält sich eigentlich auch in Grenzen. Mit Pass, Verschnellerung und auch demnächst mit dem sechsten Bauarbeiter. Mit dem Otto, wo ich hart am Arbeiten bin, geht das hier sicherlich auch noch mal ein harter oder schnellerer Schritt zu Rathaus 13. Müssen wir mal gucken. Ich hoffe, das Ganze hat euch ganz gut gefallen. Wenn ja, dann lasst mir am Ende. Das ist jetzt ein Daumen nach oben da. Abonnieren, nicht vergessen, am Kanal dranbleiben. Und ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis dahin, euer Toto. Escht. Bis dahin, euer Toto.